...Punzl. Nein. Oh Gott! Keine Ahnung. Äh, Herr Jakobi? Es scheint, ich bin zu spät. Das ist, glaube ich, das allererste Mal so eine Rache kenne. Wir sind entsetzt. Guten Morgen! Ja! Hallo, hier ist eine Quizshow. Aber es hat doch schon mal Geschlechtsverkehr-Fragen gegeben in dieser Sende. Solche Fragen sollten hier einfach nicht gestellt werden. Ich bin dafür, wir brechen die Sendung sofort ab.